Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Realim Royale. Äh, ich wollte jetzt sagen, Hänger, aber okay. Äh, genau, Realim Royale Wetter, hier auf meinem Kanal, auf Glöck oder Können, wenn es will. Und ja, es hängt schon wieder alles, es leckt schon wieder alles, warum nicht? Vodafonis, I love it. Ich liebe dich, Vodafonis. Du bist der beste Internetanbieter der Welt. Ach, was habe ich denn zu sagen? Gar nicht, okay. Ach man, ey. Ende des Jahres, Ende des Jahres. Und nein, DB? Nein, nein, nein. Ende des Jahres wird nicht Vodafon Telekom aufkaufen. Nein. Sag sowas bitte nicht noch einmal, ich meine, schreibe es und denke es auch nicht. Nachher wird der Scheiß noch wahr. Aber trotzdem, ey, ich hab's gern. Ähm, ich müsste raus, ne? Ich müsste die Karte gucken. Egal, wie ich ihn hier raus ist. Hm, wir haben noch mehrere Leute, die gleiche Idee. Scheiße. Sag gerade so, ah, am Rand super, ne? Aber, ah, da kommen mindestens 10 weiter auf dieselbe Idee. Oder 3. Also mit mir. Okay. Dann drückt mal die Daumen, dass ich jetzt 1, 2 gute Waffen kriege. Und dass die Lacks auf meiner Seite sind. Der schon pferd, das ist ganz schlecht. Man ist Slack richtig nicht gut. Slack von Slack. Nee, der hieß H von Slack. Okay, scheiße. Tut mir leid. Äh, ja. Ah, da oben ist nichts. Und ich höre Schüsse, da bekämpft sich jemand. Hier ist eine Kiste. Äh, nein. What the hell? Hier ist gar keine Kiste. Scheiße. Ja, aber hier sieht mich keiner. Ich sag mal so ein bisschen zwischen den Holbeinen lang. Ja, sieht gut aus. Nein. Ist gar nichts gewesen. Scheiße. Vielleicht hier. Oh, hier ist eine Kiste. Okay. Nicht die Waffen meiner Wahl, aber okay. Oh ja, Kiste. Ja. Ich weiß auch, dass was wird. Vielleicht sollen uns vorbei, mein Freund. Hier ist niemand. Wir sehen dich auch nicht. Oder oben. Ein paar Tränke, bitte. Yes, sieht doch gut aus. Ich würde mich jetzt so ein bisschen feige verstecken, aber. Boah, mal gucken, ob wir oben zu Schmiede kommen. Und ein bisschen looten können. Aber ich weiß es nicht. Wer sehen es wird. Oh, oh. Hier sind schon wieder Schüsse. Da kämpft jemand. Und die Legs. Alter, Gott. Nein, ich bleib hierbei. Toll, eine Kiste. Sehr gut. Sorry, dass es am Anfang so langweilig ist, aber. Ich will mal auf Nummer sicher gehen, bevor ich mich in den Fight rein wage. In den Kampf rein wage. Okay. Ab zur Schmiede. Gucken, was ich noch hier kriege. Kriege ich hier noch eine Kiste. Ich weiß es nicht. Und dann suchen wir uns erstmal einen Gegner. Kriegen wir das hin? Nein. Oh ja, das ist gut. Sehr gut. Scheiß auf den Fallsehender. Ich meine auf den. Wie nennt man das eigentlich, wenn man dann die Leute... Das like. Ich kann gar nichts kaufen. Ich habe zu wenig Splitter. Scheibenpflaster. Oh, die obeste Kiste. Ah ja, auf jeden Fall. Ich kann den einen gar nicht schießen. Mit anderen kann ich nicht schießen. Wie viel Splitter habe ich? 21 super Schildrenke. Rüstungsrenke. Sorry. Habe ich was gehört? Nein. 30 Sekunden. Das ist so lange. Das ist wirklich was hier. Ach, komm schon. Ehrlich? Ehrlich? Du kannst doch hier rein kommen, ne? Äh, was machst du eigentlich? Der Spieler ist gut. Da läuft lieber dreimal im Kreis, als du dich jagen. Ist ja auch ganz gut. Ist der hier hochgekommen? Die kommt ja hier hoch! Ja, genau. Äh, danke. Die kommt ja von außen hoch. Wie das wirklich? Ich laufe weg. Ich würde ja ihn gerne eher eiern, aber, äh. Nein! Ach, was soll das? Okay, okay. Sehr schön. Nein. Nein. Wo ist er? Wo ist er? Wie? Du willst die Beute nicht erlegen. Ja, dann ab in die Zone, ne? Ja, suche ich ihn jetzt auf jeden Fall nicht, weil die Zone ist nah. Nein, aber die kommt nicht her. Deswegen geht es erstmal ab in die Zone. Und, ja. Schade. Der erste Kontakt ist gleich verloren. Oh, ey, das ist so ein langweiliges Video. Es tut mir wirklich, wirklich leid, äh. Alter, ich bin da gar nicht lang geritten. Diese Leid. Hier nehmen wir mit, hier nehmen wir mit. Aber jetzt später. Okay, hier ist nichts. Gehen wir einmal nach oben. Wir suchen uns einfach was. Ja, äh, nein. 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 Okay, ich würde sagen, wir gehen einmal zur Schmiede. Gucken, ob wir ein paar Hildtränke machen können. Entschuldigung, Rüstungstränke. Ah, der wird gefeitet. Jetzt mal freut mich. Ja. Wurde gefeitet. Oh, jetzt dachte ich, der Hammer ist ein bisschen Gegner. No way. Hauptschlag. 4, 3, 2, 1, go. Alles, was wir haben. Immer schön rein damit. Okay, fast voll. Dann, wo sind die Gegner? Ja, das ist meine Waffe. Ich bin ein Jäger. Oh Mann, ich laufe hier nur rum. Das tut mir leid. Einzigen Kontakt, den ich hatte, war scheiße. Ich meine, ich. Ähm, Gegner? Hallo? Wo seid ihr? Hört doch niemanden. Ich sehe niemanden. Boah, da ist noch einer. Wollte ich mich verarschen? Ich muss ein bisschen beim Baum bleiben, weil da oben ist nicht noch einer. Aus der Entfernung tut das Ding gar nichts. Ja, noch einer. Jetzt kommen sie alle hierher. Hey, ich habe mich eben noch beschwert. Äh. Da. Na, das war meine. Das war. Okay, er kommt nicht her. Wo ist er? Oh Mann. Ey, okay. Das ist jetzt mal so ein Fight. Ey, komm schon. Komm schon. Oh Mann, wo schieße ich denn hin? Ja, ja. Komm, ein Kill, ein Kill. Und dann können wir sterben. Der ist ein Kill, haben wir. Nein, nein. Das ist nicht so. Okay, komm. Scheiß drauf. Äh, es lag. Nein. Was macht das Internet? Hä? Oh, was war das denn? Ich habe jetzt eigentlich eine starke... Er hat eine Stärke. Nein. Komm schon. Ich komme nicht weg hier. Oh, ein coolen Sturm. Ey, ich kann nicht Blitzer entfangen. Nein. Geh weg. Ja, ja. Er lässt gehen. Er lässt gehen. Er gibt ihn überheilen. Ist der blöd. Zwei Sekunden. Oh, er hat das bessere Loot. Eindeutig. Oh Mann, die Lecks. Was ist das denn? Oh, das ist das. Ey, die Lecks sind so krankhaft gegen mich. Ja, komm. Weißt du, oh ein Scheiß. Es laggt aber auch die Hölle. Ich kann nicht mal ganz gerade auszielen. Ich meine, ganz genau auszielen. Was meine ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Komm schon, ich bin vielleicht wieder da. Ist gleich wieder da. Nein. 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 Ich kann nicht. Ich muss nachladen. Und der verarscht mich auch noch. Hä? Wo ist der? Nein. Der hat mich aber richtig zerlegt, oder? Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. 停! Willy! Peter, Bis zum Jäv samh. Yeah. 意思. Vice 8net. Ehm. Ki. Huu. to. Just. quer. JI. Jeju.